Auf Indifferenzkurven, die keinen gemeinsamen Punkt mit der Budgetgeraden haben, kann das Haushaltsoptimum nicht liegen, denn 1. Indifferenzkurven, die unterhalb der Budgetlinie liegen, können nicht optimal sein, weil sie die Möglichkeiten nicht ausschöpfen. 2. Indifferenzkurven, die vollständig über der Budgetgeraden liegen, umfassen Kombinationen, die zwar besser sind als jeder Punkt auf der Budgetlinie, aber diese sind für Sven nicht erreichbar. 3. Indifferenzkurven, die die Budgetlinie schneiden und deshalb teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der Budgetgeraden liegen, enthalten auch noch nicht die optimale Kombination. In dem Bereich zwischen einer solchen Indifferenzkurve und der Budgetgeraden liegen Alternativen, die besser als Punkte auf der Indifferenzkurve sind. 4. In dem Punkt, wo eine Indifferenzkurve die Budgetlinie eben noch berührt, lässt sich mit der gegebenen Ausgabensumme der höchste Nutzen erreichen. Die nächst höher gelegene Indifferenzkurve liegt bereits vollständig außerhalb von Svens Einkaufsmöglichkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020